Schalke steht vor der Insolvenz, Geisterspiele bis mindestens September und 200 Millionen für Sancho und Werner. Das sind Themen des Tages, mein Name ist Flo, ihr könnt euch nicht entscheiden, ob Mütze oder nicht, deshalb kriegt ihr jetzt Mütze. Gestern berichtete Sky von einem Wechselwunsch von Mo Dahoud, das ist falsch. Diese Info wurde von seinem Berater gestern noch weiter dementiert. Dahouds Berateragentur wies die Spekulationen über einen Abschiedswunsch seines Klienten entschieden zurück. Es entbehrt jeder Grundlage, Mo will nicht wechseln, er will in Dortmund bleiben und sich durchbeißen. Aktuell gibt es keine Pläne, den BVB zu verlassen, stellt er im Gespräch mit Sky klar. Die Entscheidung von Dahoud respektiere ich natürlich, finde ich geil, dass er sich durchbeißen will, aber seit 2017 sitzt er einfach die meiste Zeit auf der Bank. Vielleicht ist es doch sinnvoll, sich einen neuen Klub zu suchen. Gestern gab es eine Pressekonferenz von Angela Merkel und Markus Söder der Bundesregierung und zwar zum Thema Corona. Wer hätte es gedacht? Bis zum 3. Mai bleiben die Kontaktsperren erhalten und Großveranstaltungen sind bis zum 31. August abgesagt. Das heißt für den Fußball Geisterspiele bis mindestens September. Aber wir haben es dann noch ganz glimpflich getroffen, denn in Italien redet man darüber, bis März 2021 gar kein Fußball mehr zu spielen, beziehungsweise dann eben auch Geisterspiele zu haben. Von ein paar Tagen haben wir ja schon mal berichtet, dass Miro Klose sich den Co-Trainerposten beim FC Bayern gesichert haben könnte. Und das scheint jetzt Realität zu werden, denn Hansi Flick und Klose haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Es fehlt also nur noch eine Einigung zwischen Klose und dem FC Bayern und auch wenn Braco und Klose so ein paar kleine Nicklichkeiten hatten in der Vergangenheit, glaube ich nicht, dass da noch irgendwas anbrennt. Und auch zu Philippe Coutinho gibt es Neuigkeiten. Es sieht ja nicht so aus, als würde er noch länger bei den Bayern bleiben, über 2020 hinaus, und geht dann eben wieder zurück zum FC Barcelona. Und dort ist Kike Sentien eigentlich gar nicht so davon abgeneigt, ihn zu behalten. Ich mag ihn sehr. Er ist ein Spieler, der prinzipiell für Barcelona gemacht ist. Die Interessenten müssten entweder die Klausel zahlen oder einen Betrag, der den Klub weiterbringt. Ich zähle darauf, dass er zum Start der nächsten Saison hier ist. Ich weiß nicht, was er machen möchte. Vielleicht muss ich darüber mit ihm sprechen, aber ohne Zweifel ist er ein toller Spieler. Und nicht nur Coutinho soll den FC Bayern verlassen, sondern auch Jérôme Boateng geht wahrscheinlich in seine letzten Monate in München. Es sei denn, er geht danach zu 1860. Was ich nicht glaube, aber deshalb soll es einen Nachfolger für ihn geben in der Innenverteidigung. Und das soll Dayot Upamecano von RB Leipzig sein. Der FC Bayern hat richtig Bock auf den Franzosen. Allerdings gibt es jetzt einen neuen Konkurrenten im Rennen um den jungen Innenverteidiger. Und zwar Real Madrid. Zidane soll ihn sehr mögen und von ihm angetan sein. Und auch Dayot Upamecano hätte Bock unter Zidane zu trainieren. Denn alleine der Name Real Madrid hat schon eine kleine Strahlkraft. Der FC Schalke 04 bangt momentan um seine Existenz. Es droht die Insolvenz. Aufgrund von nicht gezahlten TV-Geldern, die man ja nicht zahlen muss, weil eben keine Spiele gespielt wurden, droht jetzt eben ein finanzieller Ruin des Vereins. Schalkes Vorstand Peter Peters wandte sich deshalb mit einem Facebook-Statement an die Öffentlichkeit. Dinge wie Steuerstundungen, die der Gesetzgeber eingeräumt hat, ergreifen wir auch. Wir versuchen Ausgaben zu reduzieren, haben Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und mit den Spielern Gehaltsverzicht vereinbart. Aber natürlich hängt alles davon ab, wann wir wieder Einnahmen erzielen und Fußball spielen können. Je länger das dauert, desto einschneidendere Maßnahmen müssen wir ergreifen. Jetzt muss man bei Schalke eventuell sogar darüber nachdenken, die Profi-Abteilung auszugliedern, was ja eigentlich bisher ein ziemlich krasses Alleinstellungsmerkmal in Europa war. Aber die Knappen haben eventuell dann eben keine andere Möglichkeit, als diesen Schritt zu gehen. Wir bleiben im Pott und auch bei einer Nachricht, die nicht so schön ist, zumindest für BVB-Fans. Dann Axel Zagadou, seines Zeichens Innenverteidiger bei Borussia Dortmund, hat sich eine Außenbandverletzung zugezogen und muss deshalb die nächsten Wochen erstmal pausieren. Wie lange das dauert, ist noch nicht ganz klar. Auf jeden Fall wird er erstmal nicht wieder mit der Mannschaft trainieren können. Der FC Liverpool hat momentan an allem Interesse, was zwei Beine hat, jung ist und über genügend Qualität besitzt. So auch aus der Bundesliga Timo Werner und Jadon Sancho. Und jetzt hat man anscheinend ein Angebot vorbereitet für beide über 200 Millionen Euro. 55 Millionen Euro für die Kaufklausel von Timo Werner. Im Vertrag ist das ja so festgeschrieben. Bei RB Leipzig hat er eben diese Klausel im Vertrag. Und Jadon Sancho für 140 Millionen Euro. Das hat anscheinend Manchester City schon geboten. Da hat Jadon Sancho aber schon gesagt, nee, Leute, ich habe keinen Bock auf die Sky Blues. Manchester United war ganz, ganz lange vorne. Aber jetzt gibt es auch Interesse von Liverpool. 140 Millionen Euro für Jadon Sancho und 55 Millionen für Timo Werner. So Leute, und jetzt interessiert mich eure Meinung. Alles unten in die Kommentare. Jadon Sancho und Timo Werner zu Liverpool, ja oder nein? Und Ausgliederung der Profiabteilung beim FC Schalke 04. Alles unten in die Kommentare. Eure Meinung ist mir wichtig. Das war's für heute. Hier finden wir noch zwei andere Videos. Schaut da gerne mal rein. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.